hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier ist meine 99 und heute möchte ich euch mal wieder einen tnt kanon vorstellen eine mit ziemlich kompakten dünnen lauf ja und die fehlt nicht ab wie viele andere kanonen mit dieser laufgröße ganz einfach so naja endlich mal wieder reagiert es ist eine 10er compact impact und gleichzeitig eine 10er stapelkanone wie das ist eine stapel kompakt impact blöcke tnt auf zwei komprimiert und durch ein einmal eins lauf feuert es sind 10 block werden gefeuert und naja 14 treibladungsblöcke sind drin ne ne 13 ach ist jetzt scheißegal jedenfalls ist viel treibladungsblöcke so dann wird uns hier nicht alles abkackt müssen wir gleich mal was einstellen sich weiter weit geht gar nicht und dann ihr seht hier seht ihr das element von mr creatives stapelkanone welche tun die da welche tun der 85 mit diesen pistons verbessert hat naja testen wir mal an einen 50 block entfernt an einen 50 blöcke entfernten kasten aus entstein äh hallo wo hat sich erhängt und nicht mal den schuss gezeigt keine ahnung warum naja hm böh will mich wohl verarschen das ding das scheint wohl infarepeater auf 50 block zuviel zu sein so naja bin hier drin ich muss euch dann nochmal demonstrieren dass ich diese Kanone auch im hier ach jetzt fällt mir ein Survival Modus geladen geladbar ist wegen dieser Leiter hier weil ich gleichzeitig das TNT davon abhält vorne auf die ohne drauf zu fliegen wo es nichts zu suchen hat naja ist doch mal ein guter Schiss gewesen naja und zwar hat die hier noch eine Laufkomplimation mit 10 vollen Repeatern eingestellt denn ansonsten werden sie jetzt mal abdrücken ohne das TNT drin ist genau im Moment des Schusses fertig fangen hier zwei Blöcke aus natürlich kann man diese Kanone auch vergrößern das mach ich gleich mal mal so naja jetzt vergesse ich schon wieder die Hälfte von dem ganzen Zeug was rein gehört vergrößern wir sie mal um zwei Blöcke 14 Blöcke also hier 14 also das was wir jetzt hier haben ist das Maximum ansonsten kommt das TNT noch nicht vorm Schuss unten an und wird wieder hochgeschleudert wogegen ich ja die Laufkomplimation genommen habe das Lauf so stark komprimiert wird dass halt nichts mehr nach oben geschossen wird so und hepp Leitern dran das kann ich gleich mal demonstrieren dass man das auch im Survival Mode laden kann richtig gut den Spot immer auslassen wenn ich jetzt nicht von den drinnen geblieben wäre hätte ich einfach wenn ich jetzt nicht von den drinnen geblieben wäre so so ohne Fliegen einfach aufgeladen die Kanone macht das schon mal schönen Schaden das ist halt immer noch etwas tief weil ich die Kanone nicht besonders hoch gepastet habe machen wir aber trotzdem ich mache es gleich mit den Tasten den Tasten druck habe ich sie also lasst euch vom Namen von der vielleicht im Download befindlichen Schematik Datei Stapel Stich nicht irritieren das ist keine Stichkanone das ist deine Compact Impact ist die die wesentliche Unterschied ist naja die Stichkanone ja fangen wir mal an hier bei der Shotgun an Shotgun ja ist die Verbesserung von der einfachen TNT Kanone die naja die Compact Impact ist die Verbesserung von der Shotgun und naja die Stichkanone ist dann die Verbesserung von der Compact Impact also wenn das jetzt nicht rüber gegangen wäre hätten wir hier einen richtig tollen Einschuss da mache ich das Delay jetzt mal richtig schön klein ein Tick Delay mehr macht mehr ist das nicht und diese Kanone hat keinen Einsetzer ist auch nicht nötig also immer beachten dass das hier freigelassen wird denn das wird sonst denn das wird nicht gezündet nur die drei Reihen fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn drei zehn Schuss die Schematik ist die 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 als Schematik Datei drin ist ist nur die wie ich sie jetzt hier habe also einmal feuern und dann ist Schluss BAM also wenn ich zu dir drüber gehen würde was sagt ihr zu dieser Kanone die unten die andere jetzt die neue so na dann krabla wie die Klingonen sagen tschau würden die normalen sagen und ich sag ja ganz einfach zockt lang und entfrehen neun 7 7 8